willkommen ihr lieben zu einer zweiten folge heute let's play clash of clans mit mir dem torsen erwähnen ich steige heute mal ein auf mit so einem kleinen dip hier denn ich muss noch im ck angreifen ich muss noch im ck angreifen so vier heiler und da kommen wir gleich mal zum wesentlichen ja es gibt die super truppen es wird neue truppen geben also nicht neue truppen sondern die truppen werden alle nur super 15er queen schafft das meine super queen es ohne zauber wunderbar und jetzt gucke ich mal wo ich denn eigentlich hier weiter von und könnte ich glaube hier wäre das gar nicht mal so schlecht damit wir jetzt gleich mal irgendwie in das dörfchen kommen aber ich muss mal eben gucken da schießt jetzt erschießt ja geil toto irgendwas habe ich vergessen irgendwas habe ich vergessen irgendwas habe ich vergessen ich weiß gar nicht warum der bibi drei jetzt nicht hilft meine armen armen queen aber egal die gegnerische queen ist schon weg und wir haben auch schon zwei luft abwehren ihr down geballert ist also nicht so tragisch und auch meine heiler kriegen noch keinen beschuss wunderbar ich muss mal gerade gucken feger steht da feger steht da machen wir uns das hier mal noch so ein bisschen freier würde ich sagen und gehen mal von hier mit unserem slammy rein so ich muss mich immer konzentrieren leute eben mal konzentrieren um meine queen darf mir dann nicht die darf ich nicht verheizen da wunderbar das haben wir schon mal ganz gut gemacht dann machen wir das mal da so einmal ein paar von da ja das weißen die leute dass wir den oberkehle ich weiß aber egal er war arm und brauchte die sterne oder wie hieß das immer irgendwie so hieß das ja auch ich habe sogar noch drei clean up lohnt hier oder die kümmer auch da setzen so dann haben wir hier noch ein paar von denen mein king ist auch noch voller hielt alter falter jetzt christ aber hier richtig feuer und die kleine mini tesla farm da auch wunderbar ja alles super als meine super queen ist super durchgegangen durch den super neuner die können wir hier weg zwecken da ich sie gleich nicht brauche und dann gucken uns gleich mal an was da auf und zukommt ich habe jetzt lange genug gewartet bis das ganze auch in deutsch verfügbar war vor allen dingen so ein zwei drei sterne aber ich habe nur noch eingeholt ok aber ich glaube das zählt so irgendwie wie drei eine ahnung aber ich bin auf beim im klaren deutschland wir spielen ja ein bisschen klaren spielen und ich habe jetzt keins mitgenommen weil ich habe eben schon eins erledigt hier wo ich drei sterne holen musste und konnte habe ich auch gemacht also jetzt auch im deutschen verfügbar das war jetzt die ganze zeit heute morgen erst nur im englischen verfügbar es gibt die super truppen ich wollte eigentlich nur eure meinung dazu hören deswegen wie das wie auch gar nicht so lang aber was ist eigentlich eine super truppe war das jetzt schon meine super queen ich glaube nicht denn die bilder unten verraten ja noch nicht was da eigentlich kommt aber sie sind vorübergehend verstärkte version von normalen heimatdorf truppen jede truppe hat eine einzigartige fähigkeit kommen jetzt vielleicht die truppen auf dem nachtdorf mit ihren einzigartigen fähigkeiten auch ins tagdorf da lasst uns mal gespannt sein wir sehen ja morgen erst die ersten leaks beziehungsweise die ersten truppen vorstellungen wo kann man natürlich auch die sneaks in die länge ziehen und so ein update auch noch mal dähnen wie so ein kaugummi aber egal auf jeden fall wissen wir jetzt dass da unten neben den händler der freie platz demnächst genutzt wird nämlich von dieser wunderschönen tonne hier und ja oder sieht sieht aus wie so ein saunafass sieht aus wie so ein saunafass da ist auch der auf diese aufgusslöffel ist auch daneben wahrscheinlich aber um die super tinktur da irgendwo einzuführen kann ich mir vorstellen wie bekomme ich die du musst mindestens ein rathaus level 11 sein okay jetzt werden wir alle nölen ich habe ja nun achter und neuner kann das wieder nicht machen aber ihr könnt sie euch spenden lassen denn die truppe kann gespendet werden also man hat natürlich oder das power up hat eine dauer von sieben tagen gefolgt mit einer abklingen zeit das heißt wenn du die eine truppe gemacht hast kannst du sie nicht dauerhaft machen sondern musste eine andere nehmen bevor sie wieder verwendet werden kann also maximal dann sieben tage warten dass du die truppe dann noch mal nimmst während du die super truppe nutzt kannst du die normale version nicht ausbilden und sieben tage der zugang zu der super truppe kann nicht abgebrochen werden das kommt noch dazu aber man kann sie sich spenden lassen das ist cool das heißt also man die spenden sehen dann später demnächst anders aus und die super truppen oder was auch immer wie viele gibt es es werden erst mal vier stück da sein und naja ich meine das bild da unten lässt ja so ein bisschen erahnen was da so als erstes auf uns zukommt also ich kann mir vorstellen dass die ersten truppen die truppen sind die du auch im spiel als erstes bekommst also barbaren bogenschützinnen die kobolde und riese das kann ich mir vorstellen dass das erst mal die ersten truppen sind aber ich kann mir schon vorstellen so super riesen die können ganz gut durch bases marschieren und wenn ich mir jetzt bei meinem 13 auch vorstelle dass da die walküren demnächst auch hochgehen also noch mal ein level drauf kriegen oder gehen bestimmt wieder neue kombis und neue taktiken kann ich mir so vorstellen bleibt gespannt denn morgen stellen wir die erste super truppe vor also morgen ist dann ja mittwoch stream mittwoch und da bin ich mal gespannt was da als erstes kommt auf jeden fall bleibt der deutsche kommt oder die deutsche community bleibt hier auf jeden fall an den news auch dran das finde ich auch sehr sehr gut denn sonst wie gesagt war das ganze erst im englischen verfügbar und wurde dann erst jetzt glaube ich eingedeutscht so will ich das mal sagen denn hier gab es die news schon vor ein paar stunden mehr aber ist nicht ganz so schlimm ist in jedem fall das gleiche und ihr seht dass da oben auch all super trupps are coming naja ich bin wirklich mal gespannt schreibt mir ruhig mal ein paar kommentare was sie davon haltet wird das jetzt so op was kommen dafür truppen kommen jetzt hier vielleicht die nachdorf truppen zum vorschein also hier sondern weil die haben ja auch diese fähigkeit so eine ganz besondere fähigkeit also eine special ability und dass die sind schon nicht schlecht wenn wenn die dann losgelassen werden bzw wenn die ability dann rausgehauen wird ich hoffe nicht dass man sie dass man sie dann klicken muss sowie die die worten ability oder queen ability etc also die fähigkeiten sondern dass die sowie hier auch selbstständiger auslösen ist aber ein barbaren hier so wenn er halt ein oder der angriffslustige hier der ja nur die ersten zwölf sekunden diesen diesen gut hat und danach läuft er ja ganz normal durch die gegend aber mal gucken mal sehen ich bin wirklich mal gespannt und ich hoffe ihr seid auch gespannt und seit gespannt auf weitere folgen weiß man eine zweite folge unter zehn minuten mal wieder wunderbar werbe frei für euch bis dahin leute bleibt dran euer toto clasht und ja Bis zum nächsten Mal.